Hast du schon gehört? Samra macht 2,5 Mios in 5 Stunden. Nach Haftbefehl Jizzes & Co. droppt auch Samra seinen eigenen Vape. Die Undercover-Vapes des Berliner Rappers wird es in 7 verschiedenen Geschmacksrichtungen geben. Nur 5 Stunden nach Bekanntgabe teilte Samra bei Instagram mit, dass bereits 250.000 Bestellungen eingegangen seien. Wir haben eine 4. Million Vape schon verkauft, in ein paar Stunden. Bei einem Stückpreis von 9,95 Euro macht das knappe 2,5 Millionen Euro Umsatz in 5 Stunden. Danke für den Support. Danke an jeden, der uns bestellt hat und jeden, der uns unterstützt. Für mehr Rap-News check clickboomentertainment.de. Den Link findest du in der Bio.